Na, wo bleiben die guten Vorsätze? Hallo Bernhard. Man könnte wirklich schwach werden. Ja, ja, und der neue Meister, der legt sich mächtig ins Zeug. Es wurde auch langsam Zeit. In so ein Geschäft gehört eben ein Mann. Nicht nur ins Geschäft. Oh, oh, oh. Guten Tag, Frank Gruner. Guten Tag, Herr Blumenau. Tag. Guten Tag, Herr Blumenau. Guten Tag. Adolf Hitler, mein Kampf? Das habe ich aus München geschickt bekommen. Na, der Mann ist doch erledigt. Nach dem missglückten Putsch vor zwei Jahren, sitzt der nicht im Gefängnis? Ja, in Landsberg, glaube ich. Mit Gelegenheit zum Schreiben. Aber es lohnt nicht zu lesen. Der Stil ist miserabel. Politiker brauchen keine Stilisten zu sein, Ingeborg. Da sollten Sie aber mal Bismarck lesen, mein Verehrtester. Naja, dieser Hitler ist ja auch nur ein kleiner Abenteurer. Immerhin hat sich ein Herr von Ludendorff mit ihm abgegeben. Und die Hitlerbrigaden alles alte Frontkämpfer. Politische Säuglinge. So wie Sie, mein lieber Blumenau. Na, na, na. Wissen Sie, was dieser Hitler über die Juden sagt? Ach, ich bitte Sie, Herr von Borg. Wir Juden haben zu allen Zeiten als Prügelknaben für Schwierigkeiten hergehalten. Ein Propagandatrick aus dem Altertum. Na, dann ist ja alles gut. Hallo, Fritzenstein. Hoppegarten, erst grüßen Sie. Guten Tag, Herr Fritzenstein. Danke, Herr Schatz. Guten Tag.